Ich bin Daniel Klemm und ich habe fünf Jahre für den Verfassungsschutz gearbeitet. Sie haben alles in Auftrag gegeben und entschieden. Aber ab heute entscheide ich. Ich suche einen Fernseher. Hier. 50 Euro, stabiles Teil. Ja, ist nicht so mein Ding. Ja, aber wenn du das Teil kaufst, dann ist das dein Ding. Arabische Produktion, Vertrauen will. Ich gebe dir die Garantie. Sechs Monate. Du bist mir sympathisch. Du kriegst zwölf Monate Garantie. Du willst kaufen, wa? Ist nichts kaputt. Ja, verstehe ich jetzt nicht. Aber ich verstehe auch nicht. Kannst du mal. Kannst du mal. Ist gut. Nicht boh, guck mal. Guck mal. Guck mal. Genieß es. Nicht mit Druck. Bei uns im Dorf sitzen die so zehn Stunden. Das ist so. Und dir guckt immer zu, wenn er arbeitet. Warum versteckt ihr eure Handys? Vor zwei Wochen wurde ein Bruder von uns in Nürnberg festgenommen, nur weil er beim Islamunterricht war. Ich brauche Informationen. Mit deinen drei neuen Freunden. Ey, Saui! Saui! Warum kommst du jetzt hierher? Hast du keine eigene Familie? Keine Freunde? Hau ab. Hau ab. Wir haben alle eine Vergangenheit. Ich habe auch eine Vergangenheit. Aber das Leben muss weitergehen. Hey! Atze! Ihr wolltet doch so die Bilder nicht mehr aufhängen hier. Vom Kindergarten, Mann! Bist du dabei? Er ist jetzt wie Arsene Lippen, Robin Hood, Superman, Clark Kent, Batman. Er ist der neue Held. Mann, der Klemm, Fahrerstraße 41. Ja, bin ich. Was ist? Andruntermann! Ey, pass ruhig! Entweder ich krieg die Informationen, oder wir tauschen dich aus.